Aufgabe B2.2. Der Punkt R Element der Strecke MS mit Länge der Strecke MR gleich 1,5 cm ist der Mittelpunkt der Strecke FG mit F Element Strecke BS und G Element Strecke DS. Es gilt, FG liegt parallel zu BD. Zeichnen Sie die Strecke FG in das Schrägbild zu 2.1 ein und berechnen Sie so dann die Länge der Strecke FG. Der Punkt R soll also auf der Strecke MS liegen. Weiter wissen wir, die Länge von M nach R beträgt 1,5 cm. Also ist dieser Punkt einzeichnbar, nämlich er liegt hier. Weiter wissen wir, er ist der Mittelpunkt der Strecke FG, wobei F auf der Seite BS liegt und G auf der Seite DS. Zusätzlich gilt, die Strecke FG soll parallel zu BD sein. Dadurch erhalten wir also ein kleines Zwischenstück parallel zu BD durch den Punkt R hindurch. Hier liegt unser Punkt F und hier liegt unser Punkt G. Nun soll man die Länge dieser Strecke FG berechnen. Wir schauen uns wieder an, gibt es ein Dreieck, wo die Strecke FG drin liegt? Ja, zum Beispiel das Dreieck FGS. Nun, jetzt gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, das auszurechnen. Man könnte zum Beispiel mit Hilfe des Tangens den Winkel BSM berechnen. Dann hätte man hier oben einen Winkel. Und dann wieder mit dem Tangens weiter. Im Dreieck FRS-Tangens dieses Winkels ist die gesuchte Teilstrecke FR durch die Ankathete RS. In diesem Fall gibt es noch einen einfacheren Schritt über den Vierstreckensatz. Wir kennen nämlich die Strecke BD. Die Strecke FG ist gesucht. Also lange Strecke, kürze Strecke. Und zudem kennen wir die Strecke SM mit 6 cm bzw. MS. Und die Strecke SR bzw. RS ist uns auch bekannt, weil von R nach M sind es genau 1,5 cm. Also die Strecke RS ist gleich MS minus MR und das sind 4,5 cm. Somit sind alle Voraussetzungen für den Vierstreckensatz erfüllt. Wir können also schreiben, die Strecke FG, also kürze Strecke geteilt durch lange Strecke ist gleich kürze Strecke RS geteilt durch lange Strecke MS. Jetzt setzen wir die Zahlen ein. FG kennen wir nicht, bleibt also stehen. BD waren 8 cm. Ist gleich AS mit 4,5 cm. Durch MS mit 6 cm. Einmal umgeformt noch, erhält man FG ist gleich 4,5 cm durch 6 cm mal 8 cm und daraus folgt FG ist 6 cm lang.